Hallo und herzlich willkommen in Assassin's Creed Unity und wir spielen Leroy is Mord. Wir sollen den Leroy töten und das machen wir mal. Verpasst euch, Saubander. Hm, durch die Kanadisation. Leroy de Thune eliminiert. Ein Zugang nur. 54 Wassen für den Verstecker. So, da vorne ist die Luftattentate. Was meinst du, warum es so heiß ist? Der Glück, wenn wir der Kreuzer sind, ist der Glück, wenn wir der Kreuzer sind. Das ist so. Wir brauchen, wenn wir ohne die Entlockung geholt haben, alles verladen. Was ist das? Oh, ja. Und das ist schlimm. Allein das gelämmende Spiele von uns hat, weil nur die Spiele von uns hat, weil nur die Spiele von uns hat. Das ist so. Das ist so. Das bin ich, du Mist. Ich erreich dich. Nee. Das war zu einem Influss. Informativ. Was? War informativ. Die können jederzeit Sachen mithaben, also. Hm, wo ist... Wo ist... Der Nächse da vorne, oder? Ich würde gerne sagen, dass du das. Der Nächse da vorne, oder? Der Nächse da vorne, oder? Ja. Okay. Ja? Ja. Das ist Nostradamus Ding, aber... Das ist sogar dieser, ähm, David-Stern. Okay. Aber... Ich check nicht, wieso wir die Schornscheine sabotieren sollen. Das sollte sie ausräuchern. Ach so. Schmisch. Neues Andenken. Denken. Ich hab hier leider... Ja. 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 Nein, weicht doch aus. Weicht doch aus, habe ich gesagt. Aha, it's a throw. So. Okay, jetzt müssen wir das Versteck finden. Und was ist da oben Nostradamus Rätsel? So. Vielleicht habe ich eine bessere Aussicht. Die sehen mich ja nicht. Da. Okay, hier komme ich rein. Nein. Okay. Ich könnte vielleicht plündern. Einfach so. Vielleicht haben die ja was mit. Ja, Medizin. Ja, Kirschbomben voll. Okay. Ja, da kommt er nicht durch, ne? Ja, ehrlich. Ah, nur ehrlich. Okay. Ja, sind halt mir hier. Modern. Das ist mal die Kiste. Ja, okay. Aber plündern können wir. Okay, Bettler und Stützung ist verfügbar. Und Sichtverhältnisse wurden auch verschlechtert. Interagieren. Was ist passiert? Die wüten durch den ganzen Bezirken. Ihr Männer, zu mir. Hm. Kühn. Finden. Man kann sich nie sicher sein. Man darf keine Risiken eingehen. Okay, der erste ist da vorne. Sind da vorne. Und da. Ist ja noch irgendwo. Das ist meine Chance hier. Na gut. So, Leila, habt ihr verloren? Ja. Okay, das war clever gelöst. Würde ich mal sagen. Auch wenn ich vermutlich den Fall nicht mehr zurückbekomme. Oder vielleicht doch. Vielleicht drücke ich ihn doch sogar noch zurück. Okay, das sehe ich hier weiter rum. Okay, das sehe ich hier weiter rum, denn... Zwei Leute. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Nee, den kann ich mir eben nicht treffen. So, Doppelattentat. Und den hier. Und da unten sind sie. Ich hoffe, es ist niemand da. Der mich vielleicht gesehen hat. Aber wir sind ja... Okay, gehen wir hier hoch. Ist das nicht... Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassine in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlagfrage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Äh, oui, mein Herr. Die Assassinen sind, äh, gut organisiert. Aber nun sind wir. Macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Hm. Aber mein Herr! Die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. Ihr Männer! Zu mir! Findet ihn! Ja, es geht nur hier rein. Ich muss hier durch. Okay, da sind die Nächsten. Los, komm doch. Kommen Sie, kommen Sie. So. Okay. Fuck. Steht da? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er aufgegeben. Okay. Sind da noch? Schraubt auf! Findet ihn! Schraubt auf! Du kannst labern. Dich bringe ich auch noch um. So. Ja, Alter. Und... Okay. Wir hätten hier... Wieso habe ich die eliminiert? Und... Hier sind gleich... Drei. Drei. Hm. Wieder Rauchbombe, oder? Ja, ich müsste. Ja, ich müsste. Na? Tja. Ja, mit einem wird man auch schon fertig. Also mit einem wird man fertig. Aber wenn es dann mehrere werden, dann kann es ein bisschen schwerer werden. Ja, ja. Mach mal halblang hier. Nix, oder? Und den kann ich auch nicht plündern, oder so. Seid dich, Assassine! Oh, Alter, du... Äh... Findet den Assassinen! Ist er allein, oder? Was für ein Sack. Wie jämmerlich. Mann. Ich will ihn abnicken, ey. Leute. Leute. Okay, hier ist keiner. Da. Aber. Wo sind die alle? Es ist mir... Einer ist mir zu wenig. Okay, der Typ ist da oben. Ach du Scheiße. Der war da vorne, ja? Okay, wir könnten aber... Okay, wir könnten den jetzt killen, aber... Ich weiß nicht. Sieht der... Sieht der mich nicht? Wo guckt der denn jetzt hin? Ja, komm doch. Ach, der da oben. Ja, geil, oh. Ja, scheiße. Den krieg ich ja auch. Och, geil, Mann. Wie soll ich den denn bekommen? Wie soll ich den denn bekommen? Scheiße. Und runter kommt der ja auch nicht. Och, Kacke, Mann. Sieht, ich bin dein... Chape様. Ja, ich kann das... Ich kann das nicht machen. Okay. Und... Ich bin dein... Ich bin dein... Ja gut, den da oben kriege ich auch mit der Phantom-Klinge. So, jetzt kam ich zu dir. Ja. Sehr. Ja, er ist ja nur kampfunfähig, gell? Ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Er ist nur kampfunfähig, nö. Also dann, ciao, gell? Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ja, ich biete euch ihr Wissen zum Wude des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Gruchspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Chivert! Kommt weg da! Es ist getan. De la Serre ist tot. Großmeister. Gut. Aha. Na, geht's dir? Okay. Wo können wir hier raus? Da vorne. Wir können aber auch da raus. Da oben können wir auf jeden Fall nicht raus. Ach so. Äh. Wir kommen auch hier raus. So. Nee. Hä? Äpfel? Er ist jetzt dauernd, aber... Wo... Was? Was? Nein. 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 So. Hier. Genau. Nein. Was machst du? Ah, du. Kackendreck, Alter. So. Perfekt. Ehrlich. Alter, Falter. Mann. Was soll das denn jetzt werden? Ich will hier einfach nur raus, ey. Säcke. Hallo? Ja, dann halt hier. Alter, Falter. Aber die Musik ist nicht schlecht. Hallo? Ja, geht doch. So. Jetzt. Ciao. Wie sollen wir jemanden... Jemand muss die Feuer löschen. Und ich komm hier... Ach, scheiß, Dreck. Genau, weiß ich auch. Soll ich jemanden finden in dem Rauch. Oh. 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 Find ich auch. Ich bin ja auch ein Bastard. So, und wir... ...wollen hier natürlich raus. So. Hallo? Schön. Jetzt vergammeln die da. Oh, das ist natürlich scheiße eigentlich. Oder für die ist es ja richtig scheiße. Alter. Die stecken ja in dem Rauch da. Und wir sind draußen. Ah, ihr kommt gerade recht zum Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? So lange es einen Kurde Mirakel gibt, gibt es auch einen Ratetüme. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Kurde Mirakel eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Wir benutzen uns gegenseitig. Wir benutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Alter, was für krasse Frame-Einbrüche hier gerade. Oh mein Gott. Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gerecht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François-Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt Lezal. Habt Dank. Bonne Chance. Bonne Chance. Drei Fähigkeitspunkte haben wir bekommen. Oh mein Gott. Die setzen wir gleich mal ein. Die setzen wir gleich mal ein. Fähigkeiten per... Was? Betäubungsbomben könnten wir theoretisch nehmen. Was gibt's hier noch? Wo Verkleinung und Gemeinschaft sind, ist mir eigentlich jetzt egal. Ja. Achso. Ja gut, das ist auch wichtig. Und Luftdoppelattentat wäre noch wichtiger. Und hier erst Sequenz 5 abschließen. Da würde ich sagen, machen wir Betäubungsbomben. Weil das ist sehr nützlich, glaube ich. So. Und dann... So, da ist eine Kiste. Und da vorne habe ich auch... Ach, Mann. Da vorne habe ich auch gleich... einen Händler gesehen. Alter. Wo sollen wir denn jetzt hin eigentlich? Da unten. Alter. Es gibt so viel zu machen. Alter. Hallo? Ja gut. Schnellreise, ja. Es gibt einfach so viel zu machen. Die Map ist vollgestopft mit dem. Da komme ich gar nicht mehr hinterher sicher. Ich fühle, das wären sicher um die 80 Folgen oder so. Insgesamt. Wenn wir alle Nebenmissionen und alles mitnehmen wollen. Und das ist so hart. Naja. Aber... Was soll's. Das Spiel macht mir riesen Spaß und... Alter. Das Säckchen nehmen wir mit. Ein hübsches Sümmchen. Ja. Geht. Guten Morgen, mein Herr. Renovieren. Könnten wir das renovieren. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Ja, ja. Fassade. Ja. 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 Toll. Fassade. Der letzte Schliff. Ja, komm, Fassade machen wir mal. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Ja. Sehr schön. Und obere Stockwerke könnten wir auch noch machen. Wir haben bei der Renovierung etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Aha. So. Ich würde sagen, wir laufen noch schnell hoch. Alter, was für Frame, meine Brüche. Warte, es hier kann man ja andenken. Irgendetwas Andenken haben wir, ja. Leistungen, nee. Ihre Andenken, 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 Andenken. Einzelspieler Andenken, nee. Ähm. Ähm. Wo war, also ich verlaufe mich hier immer richtig. Ah, ja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder, wo ich hin wollte. Hallo? Ah. Hier hoch. Und dann, wo war es hier? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Episode wieder und dann geht es auch wieder mit der Hauptquist weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.